So, nach der durch und durch miesen Erfahrung gerade eben, brauche ich jetzt nochmal ein kleines Highlight. Hey, Walker. Hey, Walker. Hey, Walker. Ah, hat es doch geklappt. Wunderbar. Hallo, einen wunderschönen guten Tag, Andreas. Hallöchen. Boah, ich hatte gerade noch ein bisschen zusammengeschafft. Ja, ein netter Ausgleich für meinen bisherigen Tag. Ich hatte gerade eben so eine beschissene Partie, also mehrere hintereinander. Das tut mir leid. Eine Mission habe ich verbockt, weil ich hätte, also was heißt verbockt, da mussten wir so eine Kiste mit Code durch die Gegend tragen. Die war meine Verantwortung und ich bin dann von einem Felsen runtergesprungen und in der vermutlich einzigen Pfütze des ganzen Planeten gelandet und ertrunken. Ah, mein Turret? Nein. Ich will den Orbitallaser noch nicht für den Dicken hier verwenden, weil wir haben noch einen Säureti... Ah! Ich bin stärker im Waffen! Erwartet Taktik-Paket! Ausrüstungs-Paket. Ah, kacke, ein Ausrüst. Okay. Und Orbitallaser, es ist... Einmal weg hier! Hossa, Rivalpichte! Ja, bei der letzten Mission, bevor ich kam, haben wir zwar alles geschafft, ich hatte auch endlich mal wieder schöne Samples gefunden und einer der Spieler, nachdem drei von uns schon eingestiegen sind ins Shuttle, kamen von hinten an einfach alle im Shuttle abgeknallt. Der Shuttle kann man abknallen? Na, wenn die im Shuttle drin sind, du brauchst dann hinten reinzulaufen, legst doch deine Mitspieler an und knallst die Seite ab. Die brauchen noch Munition, glaube ich, oder? Ja. Ich geh zu hoch. Der große sollte... Dann schieß ich mal noch nicht hoch. Cheat, ja. Oh Gott, nein, man kann im Übrigen nicht übermauern, überhechten, dürfte ich gerade wieder mal rausfinden. Oh, kacke, da habe ich mich mischt. Da habe ich nicht aufgepasst. Verstärkung! Dankeschön. Oh, dann komm noch, welcher Level spielst du denn hier bitte? Challenging. Fühlt sich irgendwie ein bisschen härter an. Jetzt, weil wir nur zu zweit sind und nicht zu zweit sind. Okay. So, jetzt muss ich nur aufpassen, dass der... Fetzack! Mich A nicht gleich ein zweites Mal erwischt. Wie mein eigener Laser mich nicht erwischt. Wie mich nicht erwischt. Vorsicht, der Adler kommt. Sehr schön. Oh, da hast du eigentlich richtig schön erwischt. Very nice. Weil erst ab Challenging kriegst du mir meiner Meinung nach überhaupt erst richtig Material und vor allen Dingen Warbound zu tun. die Dicken sind halt echt ein Problem solange man keine auskennt. Ah, perfekt, weggekommen. ja aber der ist schon zerstört worden das gerade eben waren drei granaten die ich geworfen habe die klaren sind halt echt gemeingefährlich waren weil die mich halt mit mit meinem sprung paket trotzdem oben auf dem felsen erwischen ich will mir die nächste granate ich stelle noch mal ein maß auf funktioniert ja dann kommt schon die nächste patrouille zwei stück macht du nicht alter 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 wenn du ein zweites laserpaket anfordern kannst dann macht gerne gleich hier schön falls es nämlich sein darfst du mich bescheid ich will die letzte patrone ich kann mal ein bisschen vorräte noch mal nach sehr gut das einzige das einzig was meiner meinung nach doch nicht hinbekommen haben ist dass die über dollar nur einzeln vergeben werden das ist das auch ein freund von mir in der szenen ja komm her erst mal kopfnuss hat auch adler kommt wir haben gesagt ich schmeiß mal weil wir gerade in der nähe sind meist mal noch gleich mal was kommt weg da ich mache die helfer ich schmeiße schon mal die helfer um sein wir könnten die alle rein lokom gottes und schwierig kommt schon die mir doch bitte die helfer um offenbar ja so werden es nicht mehr angezeigt ach du scheiße leider daneben aber und ist dabei nicht kaputt zu machen ich habe mich noch geheilt scheiße ich weiß nur bei deinem zweiten auto kennen doch bitte die rucksack wieder nehmen scheiße ich hatte nur die artillerie und die er ist halt schon tot bald zu spät okay dann triff ich mal nach dann können wir sehr schön es kommt noch ein trupp aus osten da müssen wir sowieso hin und rennen ja ich habe keine schlechte wunde erlebt die ganze zeit vorher auch nicht ein gut ich habe jetzt die woche über kaum gespielt weil ich halt auch kein server sehr schön munition von mir hier hinten in der ecke ist manchmal eine bobe ja gönn dir genau so einmal die durchcheckung ja dann können wir gleich zunächst größe der nest ist also du hast es natürlich gekennzeichnet und ich denkst du das andere daneben da wird vermutlich der soll ich habe aber meinen orbital schlag eingezogen also meine vierte bombe ich bin hier im norden bei einem markiere position südösten oi 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 o 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 Wir müssen erstmal hier den sauber machen. Das ist zugelegen. Magazin leer! Scheiße! Was? Wo? Ja, das ist der Decken. Okay, alles gut. Hi Mario! Hallo Mario! Wie lange werde ich online sein? Pff, keine Ahnung. Zwei Stunden noch oder so? Und dann heute Abend wahrscheinlich irgendwann wieder. Ah, Brutz ist schon in Italien. Äh, Andreas, kommst du mal zu mir? Äh, ja. Ja. Oh Gott! Oh Gott! Wack er nicht! Wack er nicht! Wack er nicht! ich hatte ich hatte den bogenwerfer alles nachgeladen wird green kommt an also für deine radwerfer ein schlag kann da kommt was dickes mal nachschub hier das hier ist eine leistung hier schon bei den kuppeln um nach zu gucken wir noch nicht materialien sind ich mache mal das ganze obere ding ich bin nicht mal an das nächste ist ja muss ja hier noch ein nest oder irgendetwas sein da da dampf so sehr schön abgelenkt oder so ja stimmst du kranker auto-kellen-fetisch ist einfach gewalt hier kommt klar dann kann ich kurz ums nest nicht wahr seno bitte was jaja du kleiner bei terapolstern ist das krimalisten erhaftet wo zum geier ist dieses alter wie weit dieses nest weg ist leckt mich doch ok warte da nutze ich die adi oh gott doppelt nest hier sogar ok einklagen abgibt zwei zwölf sekunden weißt du was dann mach ichs wieder hm voila oh gott hinter mir ach gott nicht vor dem auto-turret rumlaufen sehr schlechte idee just same evakuierung möglich sobald ihr bereit seid so wunderbärchen seno oh gott seno ja 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 laser kommt mal hier bisschen umzusäubern oh shit oh shit bist du ich bin unterwegs für den wohlstand ach du scheiße ja lauf 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 ach es könnte jetzt anstrengend werden echt wie kommt's ich weiß nicht wirf doch die granate wenn ich diese taste drücke du blirr sicke blirr alter er so ja ja ok ich hab hier zwei wiesen hinter mir her denn ohne irgendwas zu haben nein 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 ich bin nicht der helder immer den du suchst ich bin nicht der helder immer den du suchst ich bin nicht der helder immer den du suchst ah ach wenn du weg rennst und hinter dir den Bildschirm einfach nur umsparst du das weil ein fetter hinter dir kommen boah ich gehe da nochmal rein das war gerade so alles oh gott oh gott oh gott Position hier, direkt an hier. Ja, genau. Das ist mein Mörser in Ruhe. Perfekt geschmissen ist denn, um die, ist sie gehört. Ja, ja. So, kurz rein. Snack in Snack. Ah, wie gehst du nochmal? Alle 1, hol den Abschluss. Bis gleich. Andreas, ziemlich weit. Andreas. Oder Ah, drüben bei mir. Hab ich gepinkt. Splice, hol dir nochmal was? Ja. Wie schaut's mit deinem Autoketten aus, Sinnum? Kommt runter. Sehr gut. Magazin leer. Jig, 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 jig. Harsch ist weg. Okay, Rucksack ist genommen. Hat sie auch die, äh, Kanone nehmen? Ja, alles. Die bringen mir wenig. Ich hab meinen, äh, Kanaterpiss. Das, was Matt? Hast du dich gerade selbst umgedient? Nein, wir haben noch mal vergessen. Gut, was? Da ist noch ein Nest. Oh. Oh. Hab ich markiert. C3. Äh, okay. Äh, Andreas, kommst du? Ja, ui. Ja. 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 Ja, 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 ja. den Rücken brechen physio, ich mein's nicht ok, warte mal wenn du das schon ansiedelt hast dann kann ich ja eigentlich schon mal da runder anpingen dann wissen wir wo wir lang müssen ähhhh da, ok wo? ich rufe gleich nochmal Muni jo ich könnte ja durch, wenn du irgendwas angreifen willst ne ne ne, ihr guckt bloß gerade ach so, wegen der dritten Mission ja, wegen gibt's mit Sicherheit, nur wo ist die Frage ne, warte äh, Artillerie Artillerie Forschungsstation ja, und es fehlt jetzt noch Pilz womöglich, aber aber wir waren, wir waren zum Beispiel hier unten beim Evac Point, war ich noch nicht wirklich oder hab mich da noch wirklich umgeguckt da denn da ja ja, dann erstmal da hinten vielleicht laufen wir ja dran vorbei achso, Munizium, ja, ich wollte kurz sagen alter heute so produktiv ist fuck gewesen ich nicht ich bin um 11 Uhr aufgewacht hm, voller Schwein du, ich konnte bis 4 und ich penne es war einfach ah ne, den hatten wir schon sorry, 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 sorry alles gut, alles gut einfach weitergehen äh ist ein Ausbruch einfach bei dir ja, links neben dem Vetter einfach könnte auch ne Lichte sein weißt du, wenn du mit den Bullys früher an der Schule wenn du nicht drauf reagierst dann, wissen ja, ja echt, hab das funktioniert? bei mir hat das nicht funktioniert achso, ja ne, wir rennen dann beim S noch da zieh dich gut kannst du dich mal bitte wieder beruhigen träg dich mal und, äh schau dich mal um ob du den Pilz oder irgendwas findest hm ja, wenn aber ich bin schlecht im entdecken oder sowas ne der Pilz ist immer im Gebiet mit sehr viel, äh äh hier Feinschlauch genau, geh mal zu den Blinkys ich geh mal zu den Blinkys oben zu welchen Blinkys gehst du? ich geh zu den linken Blinkys ich geh zu den rechten Blinkys ihr macht die zwei Blinkys da drüben ich mach den rechten Blinkys ok oh, nein keine Beine keine Beine ah ah er wird dir geschützt du... du lebst noch du... du... du lebst noch vor dich! Ja, wir da! weiter vom granaten oh mein gott das kann doch schief gehen wenn es diese leutigen rumpfspringer nicht gebe sagt weiter weiter was würde es das wird es eben soviel einfacher machen ja ich will mich auch nicht blühen ach so ja stimmt scheiße ja toll für flammenwerfer ganz klasse ja wunderschön ich dachte der ist gegen die rüber ist ein arsch hat er gut dagegen ich sag mal andreas kannst du mich vielleicht kurz rote so dankeschön ah So, wo ist jetzt mein Scheiß hin? Wow! Digga! Mehr als einen roten Balken kann ich dir nicht geben! Ja du, ich war auf der Map, ich hab anvisiert, bin losgelaufen und dann war so, oh shit! Boom! Dann kann ich wenigstens nichts gegen du. Aber Officer, ich hab das Auto nicht gesehen, das war auch einfach vor mir. Der Fußgänger, der taugte einfach so auf, aus dem Nichts. Ich glaube da ist dein Zeug. Jaja, ich seh's schon wo es ist, dass du wem es nur dahin kommen willst. Das ist ja ohne von euch oder den Gegnern ungedient zu werden. Neußer Geschütze ist am Start. Oh mein Gott. Aber, äh, bei der Masse können wir es sehr gut besorgen sein. Ihr könnt auch mich überholfen. Das ist ungefähr, das wisst ihr auch. Oh, da wo ich ihn will, ist natürlich wieder ne halbe Bagage. Ja, das haben wir jetzt. Oh, lol. Dein dreckiger Mörser schon wieder. Ich hab doch ges... Jaja. Das ist der Mörser. Du kannst mir nicht vorwerfen, dass ich die nicht gewarnt habe. Alter, die Information des Mörsens war da. Boah. Bin ich schon wieder tot, oder? Ich bin schon wieder kurz davor. Weil... Oh, der Witz. Komm hier nicht rum. Ah. Laser. Nennen sie Phaser, ja. Ne, Laser. Komm, seht ihr, wie viele Kleine fliegt ja bei euch. Die Große sind ja in Ordnung irgendwo. Die Kleinen sind der solche Bruder. Einfach nicht mehr raus, wenn sie nicht mehr haben. Das finde ich sehr gut gebalanced. Magazin leer. Welche Schwierigkeit das ist. Hä? Welche Schwierigkeit das ist. Wie schmeckt euch die Frage? Äh, egal. Lays. Einfach nur mit der... Ich hab einfach die Waffe nicht mit der Wende. Ich hab einfach die Waffe nicht mit der Wende. Die ist einfach scheiße. Ich bin auch wieder eine gute, ordentliche Shotgun. So schaut's nämlich aus. Ah, redlich. Ah, oh Gott. Und ein Fettsack. Natürlich. Was sollte mich denn auch sonst verfolgen? Außer ein Fettsack. Ja. Was verfolgt mich eigentlich alles? Oder ist Grundbegehe, dass wir gar nicht mehr registrieren können? Wie was? Hier verfolgt. Jee! Okay. Waffe und Digger habe ich zumindest wieder. Ich wollte gerade sagen, der große kann doch nicht tot sein. Ja, das ist viel mehr. Lade da! Oh Gott! Der wird mit dem Luchsen, dass der schon... Das kann doch nicht mehr! Adler, Adler, Adler! Ja, okay. Aber alles gut. Lass mich in Ruhe. Ich hab dir nichts getan. Ah, das war der Nachhallen. Ah, das war der Nachhallen. Sehr slow. Ankunftszeit T minus eine Minute. Kacke ich hier nicht nachher dürfen. Was haltet ihr von? Oh Gott! Kennt ihr dieses Lied, wenn du's euch von der Seite erwischt? Hm. Beste Stiftige! Jee! Alter, das gibt's nicht ein ganzes Board! Okay, hast du nicht überlebt? Oh Gott! Wo seid ihr? Ah! Beim E-Deck! Oh! Super! Und ich ärgere mich hier hinten rum! Wir waren weg, sehr gut. Ahaha! Sehr schön aufgehalten. Ah, da kommt der Mörser zu hierfür. Sehr gut! Ich weiß nicht, der Mörser. Okay. Ich muss was schlummer wissen. Es ist ein Zenon mit ner Auto kennen. Ja. Ja, da bin ich ja genau rechtzeitig gekommen, wahn. Und reingeaten! Nein! Du hast uns alle umgelegt und lachen! So, eure Probe nicht vergessen. Ich bin noch mal erwischt worden. Nein! 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 Oh Mann! Was ist denn das heute für ein Tag? Ich wollte die Blumen aufsammeln! Ein schwarzer Tag für die Demokratie! Nein! Noch fünf Sekunden! Lauf's denn um! Ich kriege heute keine Samples! Ich kriege heute einfach keine Samples! Was gibt's doch nicht! Wir müssen sie einsammeln! Wir haben das Samples wieder eingesammelt! Ja? Ich dachte, ihr habt gerade eine verloren, weil alle zerbombt wurden! Wir wurden auch zerbombt! Aber wir haben sie wieder aufgesammelt! Ah! Ah! Ah, den zweiten Säule-Riese hätten wir gehabt! Weil Noss reingegangen ist, hatte ich keine Zeit mehr! Ich hatte zwei Sekunden! Ich wollte nicht reingehen! Und der Typ ist der Head-Bard-Fahrer! Ich wollte nicht mehr aufsammeln! Ich bin zu unserem Zeug gegangen und hab einfach nur wie ein Bilder aufsammeln gedrückt! Und dann hat er auf einmal so ein U-Turn nach links gemacht! Was? Du sollst nicht driften! Wie viel haben wir gekriegt? Keine Samples? Hab ich nichts zu nehmen! Von was wurden wir denn eigentlich erwischt? Als wir beim Shuttle waren? Ah! Okay! Seht ihr, wir haben ein paar Centes aufgesammelt! Also alles gut! Nee! Es hätten mehr, sag ich nicht! Ja! 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 Ich sammle gerade auf 80 Samples und ich bin glaube ich gerade bei 12 oder so! Ah! Granatwerfer? Ähm! Nee! Fürs Schiff! Dieses flüssig-Flüssig-Cockpit-Dingens! Ah! Yes! Makes sense! Weil ich hab mir jetzt inzwischen fast alle Adler geholt und dann kannst du das ja relativ schön kombinieren! Ach! Xenom hat drei Ungenschelle! Mhm! Mhm! Wenn man das wohl geliehen hat! Hm! Wer ist ja nun wohl! Welcher Mörser das wohl war? Aber wer bin ich? Nein! Du verursachst Unfälle! Ich habe keinen einzigen Unfall verursacht! Ich war Abwehr von drei Unfällen! Oder wie... Warum war die... War die Skalierung nochmal? Immer ihr! Niemals ich! Haha! So! Okay! Geh dich mal ganz doll liebhaben! Mach ich! Demnächst! So! Ich hab... Ich hab mir jetzt erstmal wieder ne... 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 deine corsen! Ne... 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 ne Hocaul... Ne... so das habe ich jetzt inzwischen erledigt das habe ich gerade bei der mission fertig gemacht ja ich nicht da können wir eigentlich einmal so im kreis wir können eigentlich gleich starten und dann einmal im kreis gehen was bitte hast du schon die booster ich habe einen booster welchen und dann schmeißen einfach ein genau schmeißt du deinen so der radar und das nehmen wir noch die bombe mit oder da hast du dann ganz ganz liebe So, bevor wieder über meine Mörser geschimpft wird, nehme ich einfach drei Art damit. Jetzt könnt ihr mich mal am Arsch lecken. Einfach mal, weißt du? Nein, 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 entschuldige dich nicht, nein. Ob ich spreng? Nicht. Kann ja sein, dass du im Offizierslehrgang für passiv-aggressives Verhalten warst, aber das... Nein, nein. Ich war nicht mal bei Mikroaggression, ich war direkt bei Maxi. Bei Makroaggressionen. Ja, nicht so ein bisschen, wie das Schild, dass du wieder hier bist. So, der Toll, wenn ich noch mal die Profis abwerke, packe ich mal Mörser. Ich freue mich so sehr auf die neue Gegnerfraktion, Leute. Gibt es, ist jetzt schon official oder was? Nein, 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 überhaupt nichts. Ich freue mich nur auf, ich habe keine Ahnung, was es sein kann. Weil ich so Terminiden und Autos... Nein, nein, die nächste Fraktion wird allerhöchstwahrscheinlich werden das die Illuminium. oder Illumina oder wie wir mal heißen. Eine allzu hochtechnisierte ursprünglich im Wasser lebende Rasse. Ah, Atlanten. Sozusagen. Weil die gab es nämlich auch schon beim letzten Mal. Genau, ich wollte gerade sagen, das kann man ja vielleicht ein bisschen extrapolieren von Heldalers 1. Genau. Vielleicht gibt es irgendwann auch nochmal die... Oh, ey, ich sehe nichts. Weißt du, Selom, was ich hasse? Ja, genau das. Ich sehe nichts. Ich habe einen Sniper dabei und sehe nichts. Ja, deswegen mache ich es. Ach, Selom, kannst du den Rucksack eigentlich selbstständig wieder ablegen? Könnte ich. Weil dann könnte ich den gleich nehmen. Äh, ja, aber dann renne ich immer zu dir, wenn ich Munition brauche, oder was? Auf gar keinen Fall. So, Spucker links. Achso, Nordausten. Was, der ist noch nicht tot? Jetzt aber. Dahinter ist ein... ...Ausbruch. Lass mal genau die Anrichtung gehen. Ja. Scheiß, Mauer. Oh. Was? Achso, wie ich, egal wo, den Schuss auf sich von dem... Oh, Gott. Was ist da gemeint? Wenn es ja nur einer gewesen wäre. Oh, cool. Oh, Gott. Wow. Anfrage nach rechts. Der Sterbohr ist unterwegs. Du siehst das Problem? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Liegt! Der gute, alte Sightsepp. Okay, wir müssen uns irgendwie, glaube ich, langsam überstehen. Ja, ja, ja. Äh, die meine Markierung... Äh, die Pinke, ne? Ja, ja. Ja, nochmal zu dem Pilzding. Und dann können wir, denke ich, da hoch. Das geht nicht sehr nach dem Radar. Achso, das sieht es erst nach oben aus. Das ist wegen dem Pilz. Das will ich finde. Ja, ja, aber da gibt es ja auch nochmal drüber. Der geht direkt auch hoch zur Radarstation. Vermeitlich. Ah, hier ist es. Hier sind die Mats. Da hätten sie die Probe gesammelt. Okay. Ab zum Nest. Oh, aber der Shotgun ist es gleich so viel besser. No joke. Also dieses Explosionsmaschinenbewehr ist einfach wie die Pest. Ah, ich sehe etwas. Ich kann weiter als Wutweite sehen. Das ist äußerst angenehm. So, ihr seid da und da. Andreas direkt hinter mir. Sehr schön. Habt was gefunden! Und ich liebe... Also das Einzige, wo ich wirklich, wie gesagt, tatsächlich der Meinung bin, dass sie noch irgendwie ein bisschen abändern müssten, wäre meiner Meinung nach, dass die Über-Dollar eben auch geteilt werden, wenn man sie in der Map findet. Boah, das ist perfekt. Das ist die 500-Kilo-Bombe. Das macht sehr viel Spaß. Es gibt nichts Schöneres, als so ein kleines Nest in so einer Bombe auszunehmen. Räuchern, wunderbar. Auszuräuchern vor allem. Sehr euphemistisch. Okay, zu vaporisieren. So, schön Samples einsammeln hier, wunderbar. Ah, ich mache mich heute richtig gut in Samples sammeln. Guck dir das mal an, schon neun Samples. Geil. So, wir haben hier Senom, du kümmerst dich um das Terminal. Ich würde was finden. Gut, dann kümmere ich mich gleich ums nächste Nest. Oh Gott. Hoch da, hoch. Ich will mal gucken, was, wo hoch, hoch. Achso, du lebst. Ne, ne, ne. Ja, ja, hier wieder hoch. Uff, Andreas, hier haben wir ein wenig was zu tun. Hast du einen Adler ready, zufällig? Ja. Ein bisschen durchzusäubern. Das wäre super. Einmal feucht durchwischen, ja. Genau. Mann. Start kurz, hab ich. Sehr geil. Positioniere Pin, nördlich. Genau, wir haben dann nämlich... Hier, meinst du? Ja. Sehr schön. Du hast was getroffen? Wunderbar. So gehört es. Komm her, komm her, komm her, komm her. Lauf ein bisschen weiter nach rechts. So, dann schmeißen wir hier mal alles mit Nades zu. Ich schnapp wieder rein. Selm, hier auch noch Munition für dich. Hab ich wahrgenommen. Ja, ich lade gerade auch jetzt nochmal durch. Oh, seltene Probe, alles klar. Ah, wunderbar. Und Andreas, gefasst auch morgen. Ja, wie man es nimmt. Schauen wir halt mal. Wer ist D1? Das bin ich. Du kannst weitergehen. Also du musst dich da hinten jetzt alleine rumstellen. Ja, ja, aber ich muss... Äh, Viecher. Weißt, Mission. Und wenn ich hier schon mal welche stehen habe. Ich weiß nicht, woher du den Quatsch hast. Äh, wo... Achso, Andreas hat das Blaue jetzt, Makine? Ja, das war der... So ein Diamant, so eine Schatzstelle halt. Ah, okay. Okay, ja, ja, ne, mach ruhig mal, geht ruhig mal. Ich gehe hier mal ein bisschen den Umweg. Ich fühle die mal ein bisschen Gassi. Oh, die kommen da lang. Oh, die kommen da lang. Oh Gott, natürlich kommt vor meinem Turret auch noch mal was. Oh, natürlich hat mein Turret geprüft gemacht. Noch besser. Yay! Aber ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Somehow. Yay! So, jetzt muss ich nur noch in eure Wichtung noch mal herlaufen. Ja, bitte Luftunterstützung! Tank looted aus. Ich bin auf mein Weg. Wie wär's mit einem schönen Harten Freiheit? So, keine Granaten mehr. Lade neu! Boah! Das war ein perfektes Timing-Sendung. Aber ja, kümmere du dich um die. Schicke einen Adler rein! Vorsicht! Ich habe durchs Visier geguckt, ich konnte gar nichts sehen. Das Wort Vorsicht! Ja, klar, ich gehe nur nicht davon aus, wenn du in ein eigentlich leeres Nest noch mal einen kompletten Luftangriff schmeißt. Äh, da fragst du doch einfach den Kollegen rechts von mir. Ach so! Ja, was willst du von mir? Ich hatte halt nur mal keinen Nasser dabei. Was willst du von mir? Ich hatte keinen Nasser dabei. Ja, wenn ich keinen Nasser habe, dann habe ich einen Luftschlag. Also, das ist doch wohl mal völlig normal. Hi Vertigo. Hier nochmal genau gucken wegen, äh, Proben. Ja. Meistens in der Nähe von den Heimgängen. Den ehemaligen. Ich gucke auch nochmal. Normale. Wir haben auch wieder alle Samples. Ich glocke den Bastern. Und weitergehen. Ja, was ist das? Ah, der Aspekt hat mich nicht angelegt, sehr gut. Oh Gott. Genau, den Weg zu dir, Samo. Äh, hattest du deinen Rucksack gelesen zufällig? Nee. Ah, kannst du aber jetzt, wenn du kannst. Also, wenn der Haufen an Tieren nicht wäre, würde ich dies in Betracht ziehen. Dann wäre das so nix, wo ich sage, ja. Noch 30 Minuten für die Mission. Die mehr Zielen nahe, eure Position. Okay, sehr gut. Nagazin leer. Sehr schön. Vorsicht, weiter weg. Ja, 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 ja. Oh Gott. Ja, 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 ja. So, ich muss mal ein Laser ab, noch keinen Verbrauch zu runden. Oh, Vitalschlag. Viel Spaß, großer. er wird er durch das bild auch gott er kommt hier hoch wunderbar so ging es mir jetzt so hast du die dinge unten entriegelt alle freischalten wenn ich hier gerade nicht belästigt wird ich glaube gestern oder vorgestern wird auch hart gespielt und hart geht halt richtig ab hart ist welche nummer ist noch eins höher als das was wir hier zu spielen ach so fünf ja okay ich habe heute die ersten beiden partien die ich heute gespielt habe war sieben das war sehr wüst und das waren vor allem reine abschlachtmission also auf diesem winzig kleinen battlefield von allen allen seiten aber wirklich alles kommt wenn jetzt irgendwie eine patrouille kommt ich nicht gleich entdeckt werde die sie sehen dich wirklich nie gar nicht da können die neben dir vorbeilaufen ich kann mich nicht an die herange ja ich möchte da muss ich halt so zu dir legen also erst mal ein bisschen ausruhen kann ich verstehen die beine hoch vielleicht die patrouille kommt deswegen gegen abhitting aus ok von da oh ja ich sehe sie und dann wenn du nicht weißt wo den seltschen bauen sollst hier ein stück zurück an mit der karte gucken ob irgendwo was interessantes rum und ihre für super du sagst es so ich mach mal bombe bereit weil dann auch gleich alles weg ist es ist doch mal und die werden angelaufen wir hätten sofort vorsicht andreas du musst da weg auf dich zu sozusagen rückwärts mein problem ist bloß ich muss soll die federation euch mal jetzt nicht ein paar neue augen spendieren so andreas hier auch noch mal munitionspack für dich ich verstecke mich mal hier unten und gehe mal kurz aufs klo und hoffe einfach dass es kommt es kommt eine patrouille es kommt eine patrouille ich sag's nur okay dann lauf ich weiter und ich hänge fest ich hänge fest weil ja doch nicht der eine muss pissen die andere hängt zum alter einmal mit profis das wäre so schön so schön wenn er die ganzen kleinen weg gewillt und es sieht so geil aus dass es von meinem schiff kommt das gute zeug sozusagen nicht ist was man diese offiziell auf dem markt krägt besser er hat der weg ist gut weil da kommt nämlich gerade links von uns eine richtige horde er braucht einfach ewig bis er anfängt zu schieben ja das müssen die aber alle evakuierung möglich sobald ihr bereit seid so jetzt scharf links und wer kommt abkoppeln 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 oder ist es gegen eine forschenstation das ist eine forschenungsstation ok oh gott oh gott ok orbitalsperrfeuer Ich weiß nicht, was ich nicht kann. Werfe Granate! Oioioioioi! Scheiße, Scheiße! Vorsicht! Werfe Granate! Magazin leer! Dankeschön! Immer gerne! Magazin leer! Du? Oh Gott, hinter uns! Naja, das war die Helfer! Sehr gut! Sehr gut! Hat der kleine Wichse hier jetzt gerade... Unsicht war da gerade... Aber gut! So macht man das für die Demokratie! Ey, zum Glück lag ich! Durchbruch! Ach so, Serio! Das ist von uns ein Dicker! Hä? Habe ich gerade das zu fleißen? Das ist ja nicht Affe! Hier den Pfälz! Da kommen noch mal zwei gerade in Richtung Süden! Oh nein! Oh Gott! Ich bin hier nur noch ein Fleischspalz! Oh Gott! Die Glückwunsch! Oh wow! Fert auf! Mit meiner Seite! Ab! Feuer ab! Links! Links! Ah, so! Ja! 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 Das war jetzt gerade... Ja! Bin an dir! Äh... Lass mich los! Ich dachte ich helf dir! Ja! Aber nicht wenn der Dicke da kommt! Vorsicht! Weg! Oh Gott! Zwei Queens auch noch! Ja! Au! Hahaha! 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 Oh nein! Da war eine seltene Probe! Schicke ein oder andere rein! Wo kommt ein Igel? Ich habe keine Stipps mehr! Same! Dafür habe ich noch einen Laser! Pferd! Das war ich! Weil du gerade wahrscheinlich sagen wolltest, welche Affe hat für den Preis gesufen! Ja! Das gibt es doch nicht! Boah! Noch eine seltene Probe aufgesammelt! Boah! Fühl ich mich gleich! Ja! Boah! Streubombe! Wo ich diese Pferd! Wo ich diese Pferd! Wo ich die Pferd! Wo ich die Pferd! Wo ich die Pferd! Weil ich eigentlich nicht als als Verstärkung rufen wollte! Oh Gott! Das schmeckt endlich! Boah! Ja, niemals rückwärts gehen! Ich kann endlich nicht! gott ein brav sein streubombe zurück auch wegen links das habe ich da jetzt umgeschnitten hier ist gleich Ich schmeiße ihn hier hin. Magazin leer! Alter, keinem. Wir sind mal komplett leer eben. Gleich da. Magazin leer! Direkt rein die Nadel! Wow, das war ein close call. Hinter uns ein Gegner, aber die haben uns noch nicht bemerkt. Das Ding, ich würde noch mal hier schnell hin. Da oben ist noch ein... Hinter uns ist noch ein dicker. Also von denen, die wir... Ja, den können wir ja integrieren. Wo wolltest du denn? Oh, den anderen großen. Den haben wir schon erledigt. Das Pirscher-Versteck. Das weiß ich nicht. Oh Gott. Senom hinter dir. Hinter dir kommt was. Charger? Ja. Brauchen wir nicht. Wo ist Senom hin? Da ist Senom. Andreas, kommst du mit? Ja. Frappost! Ich fühle mich zu dem Boden verhaftet, das bin ich gar nicht mehr gewöhnt. Achso, warte mal. Du hast jetzt gar keinen Flugzeug mehr. Nee. Habe ich einen mit? Nee, ich habe jetzt gar keinen mit. Ja, das... Ja, Proben sehr gut. Das ist so wichtig, sich abzustimmen, ne? Und andere klugscheißer Sprüche. Ach, alles gut. Hat die Präferin irgendwo hier? Äh, hab ich ja schon. Ja, spring doch mit, nehmen Sie rein, Walker. Ja, die... Da rechnen Sie nie mit. Das verwirrt Sie jetzt so, dass Sie überhaupt nicht mehr angreifen können. Oh ja, vor allen Dingen, weil da auch ein 50er in den Sparen kommt. Nein, nein, nein! Stellen! Lauf! Lauf doch! Nachwarten. Oh, Turret! Seh dich doch! Wohin? Äh, ich denke, eBay können wir? Ja. Respekt. Oh, ich habe irgendwas auf dem Rücken, womit ich glaube ich jemanden nachladen kann, falls er braucht. Eben, weiß der Lust. Aber... Alter Walker! Walker! Aber, aber... Was? Die machen doch gar keinen Schaden! So, egal! Ich kann ja nichts dafür, wenn da die Materialien liegen! Äh, Sendung, du kannst auch schon Dings rufen! Was? Die weg! Wo denkst du bin ich? Ich dachte, du bist bei mir weg! Ja! Du hast eine Karte, da siehst du alles! Da wird es ein... Praxisch lieber ruhig! Ja! So mache ich das! Ich bin nicht so wie ein Mann im Straßenverkehr, der dann sagt so, äh, ich weiß schon, wo es lang geht, nö, ich kann die Karte lesen, nö, ich frag dich über einen ortskundigen Mensch! Ekelhaft! Jetzt will er noch Dialog starten! So eine Scheiße! Ein sozialer Mensch! Hat was gefunden! Aber genau so muss das sein! So stelle ich mir einen Batsch vor! Vorhund ist was! Böse! Ja! Die waren hier gerade neben... Oh Gott! Schicke ein Adler rein! Adler kommt! Weg! 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 Hat mich nicht erwischt! Der kleine Adler ist... Von links kommen noch mehr... Was kletterst du denn jetzt hier rum? Wer habe ich dich jetzt angeschossen? Ich habe einen Bug von deinem Rücken quasi runtergeschossen, sorry dass ich dabei auch eine Kugel höre bestand! Ja! Dankeschön, dass du wenigstens nachladen! Nee, danke! So! Tower kann ich noch nicht rufen, Bombe ist soweit ready! Hier Nachschub haben wir schon mal zu unserem Evoque, zu unserem Evoque schon mal gerufen! Evoque! 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 Senom, du bist auch schon in der Area, ne? Naja, kannst du rufen, wir brauchen ja mal eine Weile! So, was haben wir denn noch? Ist die Calls? 2 Minuten! Okay! Streubombe! Oh Gott! Oh Gott! Ja! Oh, da liegen drei Samples, wo ich niedergegangen bin! Ein seltenes... Ja, ich bin mal ein bisschen... Habe ich ein bisschen hingelegt! Ja, Gott! Was verlangsamt mich denn hier? Oh, der kleine Ficker hier! Ja, ja, inke Ficker! Oh mein Gott! Könnte mir irgendwer helfen? Oh scheiße! Boah, ist die Combo gemein! Oh Gott! Scheiße! Alter, du läufst im Zickzack vor meiner Flüge! Ja, sorry! Ich wäre auch gerne stehen geblieben! Ja, ich bin tot! Loll! Sechs normale, drei seltene Samples bei mir auf dem Boden! Streubombe kommt! Ja, du schommst nicht rein! Super! Oh nein! Alter! Guck! Guck! Oh, ich kann doch schnell diese Einsamkeit... Jo! Oh, fuck! Musst du nicht mehr ein Zeichen! nachladen ja ist noch tot komplette rechte flanken weg ja 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 komm haben wir sehr schön geregelt Jungs Blumen hast du's denn nun ne? ich hab... 20 von 3, 20 und 5 von 12 und... eine schöne Tasse Liberty Sieg für die Demokratie so jetzt geh ich aber bis gleich oh Gott wie lange musst du schon er wollte seit vorhin seit damals als wir von der Superherde gestartet sind Ja ich bin herr dann 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 jetzt jawohl das hat sich doch mal gelohnt gute freundin haut gerade rein bei ihrem ehemaligen arbeitgeber nachdem sie sich richtig kaputt gemacht hat und sie ist jetzt komplett alleine im service weil die anderen sind auch reingehauen weil der land scheiße ist und furchtbar und jetzt ist er drei wochen krankgeschrieben und eine von mir das geschäft hat sie angerufen heute und die fragt ob er nächste woche krank ist ob er nicht heute den laptop vorbei bringen kann damit sie ein paar telefonate und anrufe die eier haben leiter leider immer mehr chefs gestern gespräch mit meinem ergo berater muss ein bisschen vorplan und ich bin halt nur nicht so richtig überzeugt von dem ergo prinzip mit der rente wollte er mich gleich anwerben ob ich nicht ja auch im vertrieb mit machen möchte und sachen verkaufe so verträge verkaufen ich bin hier gerade kurz vorgehen gehen und jetzt bietet mir noch ein produkt wo ich nicht mal weiß ob es stimmt aber das ist der falsche moment fragt so eine frisch vergewaltigen ob sie bock auf sex hat also habe ich nicht gebracht den spruch der wäre mir selbst zu hart gewesen aber er hätte mich beinahe gehabt nur zur sicherheit bei mir läuft im hintergrund twitch falls du doch noch derbe sprüche bringen willst und ich glaube deine stimme wird mit übertragen was kann denn was kann denn das skype also diese diese laser bumme kann die was oder ist die scheiße die normale die habe ich mir von den kriegsanleihen geholt lass fünf skype lasergewehr kurz wenn du nochmal bei dem schiffsmanagement taktikausrüstung oder wo bist du jetzt gerade ich bin jetzt bei der ganz normalen bewaffnung ich habe mir gerade für kriegsanleihen ganz normal ach was weiß denn ich hatte das ist in den in den normalen die seite 5 oder 2 eigentlich ja ja also gegen wachs fühlt sich sehr weg an selbst diese kleinen krabbel mit dem orangen schwammenden arsch hältst du gefühlt ewig drauf ich weiß nicht da steht zwar schaden pro sekunde 300 schaden ich müsste die stärker sein als meine schrot ist es nicht okay aber das geld hat umsonst ausgegeben als wir haben es ja wir haben es ja du brauchst dich nicht zu cremen du musst sowieso asozial viele punkte für irgendwas ausgehen was du nicht haben willst um auf die nächste seite zu kommen ja da ich aber die rüstung nicht fühle besonders keine schwere rüstung und die helme meistens nur zu der rüstung passen hoffe ich mir die meisten sachen dann nicht sondern gehe es mal auf die die rüstungen hatten ja wohl irgendwie keinen armor effekt also keinen unterschiedlichen armor effekt so als als bug wobei ich nicht weiß ob sie das gefixt haben weil die haben ja in den letzten drei tagen drei downloads rausgehauen ich glaube das ist auch bei 700.000 die gleichzeitig die server nutzen können 700.000 muss mir vorstellen helder was 1 hatte auf der als als höchsten wert immer hatte der 7000 spieler so nämlich die panisch oder nämlich die breaker ich hätte jetzt auch mal lust auf eine shotgun die autos die breaker ok ja die 30 weniger schaden fühlst du dich okay also ist eine sache wenn du die bei der panischer bei anderen hast du auch 16 schuss bei der muss aber einzelne pellets immer nachladen kannst du halten wie ein dachdecker ja man hat hat halt den vorteil dass da halt immer nachladen kannst ohne was weg zu schmeißen genau aber ansonsten rückstoß 110 kann ich jetzt noch nicht zu sagen weil ich meistens im gehockten zustand schießen und ich habe jetzt die durchschlags liberator die macht einfach nur 45 schaden ok aber die kann leichte panzerung durchdringen ok ich teste die jetzt einfach mal ansonsten bin ich ziemlich im orsch ja solche ich habe jetzt auch noch die wieder die wieder die details verbesserung als booster das heißt dann hat es ein bisschen mehr variabilität so walker was ist äh es kräftigkeit auslöcher sind schaden widerspiellen oh ja babys oh ja babys oder habe dies ich bin level 20 jetzt gibt es den schwer fuck all und die reingern fand die demokratie wird noch immer besser und du bist ein ganz gesetzig sein verteidigen ich sehe aus wie ein sturmtruppler gerade ein scout tropter ja habe ich mir gerade mal geholt im übersturm du kriegst das glück genug punkte dass du wenn du so ein bisschen drauf achtest jetzt funktioniert jetzt funktioniert jetzt auf die umarmen ich bin bereit für demokratie die mittlere durchdringung hat aber nur 45 auf und muss ich in den melfoy sektor und draco ist der planet auf dem wir jetzt gerade ich war gerade nicht etwas einzelmission langweilig das hat noch leute überhaupt einzeln macht geht der mann Also die Explosion ist einfach so geil mit der Druckbälle, ich kriege dir nicht genug davon. Also, Senom, ich nenne die Raygang für dich mit oder willst du was anderes sagen? Nö, 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 du brauchst nicht an mich denken. Okidoh. Walker, von dir muss ich nur wissen, ob du was für einen Rucksack mitnimmst, weil wenn nicht, dann nehme ich meinen Sprungpack mit. Okay, gut, schauen wir dann. Senom, du steigst ein? Ja, ja, schreib dir da. Weißt du, wenn du mal keine Zeit hast, dann wirst du zu gemüllt mit irgendwelchen Anfragen. Das ist immer so. Das ist immer so. Okay, also. Ich nehme mir den Speerwitz, definitiv. Verteidigung oder Escort? Äh, Verteidigung. Wobei, dann nehme ich statt der Bombe, nehme ich lieber mehr Turrets mit. Das ist vermutlich sinniger. Ähm. Was für Turrets? Ich nehme mal den, oh, weißt du was, Minen und, äh, lieber den, nee, der Human-Torrets. Echt Minen auf dem kleinen Gebiet? Ja, es ist größer als nächstes. Sir, Sarge, glauben Sie, dass das eine gute Idee ist? Aber natürlich, vergiss deinen Wüster nicht. Oh ja? Krass. Welchen wollen wir, achso, geht's mir so bloß. Du kannst nur noch einen. Was ist denn hier los mit den kleinen Sargeants? Hier ist immer noch der Hauptfeldwebel. Start, initiiert. Ihr habt doch den Titel nicht aktualisiert. Nö, doch nicht. Aber mach ich Ihnen nix. Das ist das Wichtigste. Die anderen müssen sehen, was da hinter ist. Sir, jawohl, Sir. Ja, geht so. Im üblichen, Zenon, äh, Dado, als er es nicht großartig kennt, er ist tatsächlich einer der, äh, besten Rollenspieler, die ich kenne. Und Chefredakteur bei Shadowrun, der macht richtig geile Zeichnungen, just saying. Nur, dass du mal weißt nicht wirklich, äh, das ist eine weirde Ansage. Der ist Chefredakteur, der macht gute Zeichnungen. Also, im Hauptjob kann er nix, aber Strichmännchen kann er. Aber Strichmännchen, oh, Masha'la. Masha'la. Ich hab doch gesagt, du sollst mir vorher Bescheid sagen, ich hab jetzt meinen Sprungpad mitgenommen. Ach so, nee, das kannst du gut machen. Nö, nö, alles gut, alles gut, alles gut. Digga, was ist denn das hier? So, wo seh ich was? Wo kommt was? Schmeiß mal Minen hier vorne hin. Schmeiß mal Minen. Hinten hin. Oh, Heiland. Scheiße, die kommen ja echt von überall. Alter! Der ist gerade mitten unter mir aufgetaucht. Ewig, ewige Breite. Oh Gott! Wow! Hast du ihn gerade weggenutzt? Ich weiß nicht. Andreas, du hast noch einen Weg hinter dir. Oh Gott. Ich weiß, der ist unter mir aufgetaucht. Ja, ich wollte gerade noch mal mit dem Speer. Äh. Dra. Äh. Äh, öpp, 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 öpp. Und ich glaube... Ah, ich hab dich gerade noch gerufen, als ich gestorben bin. Wer ist denn da um? Das ist meine Rucksack-Kid. Oh, Minen fällt. Nicht gut. Wer ist denn da umzapfer durch die... Ich seh's doch, Alter. Was ist denn da, Großbetreuerin? Bereit zu befreien! Schade, dass das so eine Mission ist. Die kommen noch zu einer anderen, keine Sorge. Jaja, nee, ich konnte ihn Liberator ausprobieren. Aber ich werde jetzt nicht einmal mit meiner Primär oder meiner Handrückwaffe schießen. Sondern nur mit der Support-Bet. Was mach ich denn? Nee, eben ja nicht. Nur mit der Sorge, ja. Oh, mag ich denn gestorben sein? Ach so, weil du... Ah, ja, ja, ja. Positionierbar ist. Ja. Ja. Ach Gott. Wie hast du denn das mit überlebt, kleinen Madel? Was? Warum taucht die denn immer unter mir auf? Weil's immer der eine letzte Kleine ist. Nee, wenn's ein kleiner wäre, würde ich nicht meckern. Aber das sind leider die fetten Teile, die hier... Komm. Wo rennst du? So. Ich nenne es gerade nichts fettes Auto da. Zack, 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 zack. In der Mitte ist immer noch... Ja, ich weiß. Ich keime mir das gerade sehr schön ein. Fuck. Me. Me nennt. Chefredakteur und zeichnet. Äh? Check ich gerade nicht? Ich dachte... Ich dachte, der Chefredakteur segnet ab. Oder machst du das da? Der hat in der Mitte eine Hellfirebomb gewesen. Ich hab quasi ne Doppelfunktion. Ich bin Illustrator gewesen. Also bin ich auch immer noch. Und schreib auch für Shuttle Run. Und mach halt auch noch die Endabnahme sozusagen. Auf das es mich nicht töten mag. Geh doch hoch jetzt. Da hoch. Geh da. Da. Au, ja. Nooo. Das war jetzt das zweite Mal in 30 Sekunden, dass mich der Mercer erwischt hat. Aber wir haben es geschafft. Möge die Freiheit ihre Evakuierung sichern. Aber der Speer, den ich hab, der ist tatsächlich ziemlich gut gegen Grozo. Wenn man halt ein bisschen mehr sieht, als das, was ich gerade sehen konnte. Ich habe zu stehen. Gegen Grozo. Der Speer. Äh, also gegen die... Jetzt müsste ich nur wissen, wo meine Waffe hin ist. Die liegt hier irgendwo. Du meinst die Räger? Äh, nee, ist egal. Nee, die Räger hab ich ja gar nicht. Ich hab ja den... Hier ist der Speer Rucksack. Ja, ja, alles gut, komm. Shuttle. Haben wir schon hinter uns gebracht. Das ist das schöne hier. Irgendwo waren noch zwei Brünen. Ja, naja. Ich hatte zwei Proben eingesammelt. Was? Ich hab zwei Proben eingesammelt. Noch zwei? Nein, der Kaffee ist alle. Ich muss sterben. Ich muss sterben. Ja, wir haben sie gerade durch. Macht ihr mich nicht rein? Ja? Okay, dann mach ich. Ich hab hier jetzt keinen Stress. Noch? Oh, ne Kaffee! Nee, du steck! Apropos Kaffee. Das ist wahrlich eine sehr hervorragende Idee. Ja, ich darf keinen trinken. Wieso darfst du keinen trinken? Ähm, also ich hab jetzt schon zwei Stück Indus, aber wie gesagt, ich bin jetzt um 12 aufgestanden. Wenn ich jetzt noch weiter Kaffee sauf, dann bin ich bis zum Segenetzer einfach. Ich höre da eine genetische Schwäche. Das mag das Imperium der Demokratie nicht. Aha. Also, Selom, wir merken uns, Unfälle sind das, wenn du andere tötest. Unfälle sind das, wenn du andere tötest? Ja, ich seh's hier grad in der Statistik, weil Ars hat mich zweimal gekillt und hat zwei Unfälle und du hast auch zwei Unfälle. Ja. Du hast mich einmal gekillt und du hast einmal Ars gekillt. Ja, ich find das aber auch wirklich fair. Was der Mörser so halt macht, das macht der Mörser auch wirklich. Zwei Arten. Das ist auch der Unterschied zwischen diesem planetenverseuchten Gebiet, in dem wir mal rumrennen, und Huang. Besser? Wo stelle ich noch mal meinen Titel ein? Äh, an dem Computer. Ah, hier, hier, ja. Ja, ich wusste jetzt nicht, welchen hier die Chips man jetzt mit tut. Ah, gut, gut, gut. Unterstützung, Abklingzeit bräuchte ich da nicht. Das checke ich sowieso nicht. Wozu brauchst du eine Abklingzeit bei deiner Taktikausrüstung? Äh, weiß ich, äh, ach so, ja, weil sie ja oben, äh, oben bereitgestellt werden muss erst mal. Nee, wenn du runterkommst, kannst du direkt rufen. Oder war es... Klar, beim ersten Mal, wenn du sie praktisch rufen hast. Oder wie schnell sie runterkommen. Äh, schwierig. Also, wenn... Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, äh, ich schieße die eine Taktikwaffe leer und lasse mir eine neue rufen. Dann habe ich nicht wieder volle Munition. Check ich nicht. Ich habe mir doch gerade eine neue gerufen. Wieso habe ich bei der Waffe dann nicht volle Munition? Oder war es ein Bankenbank? Keine Ahnung. Ich kann es dir tatsächlich nicht sagen. Ich finde es schön, wenn ich mal so eine Fachfragen habe, wie du mir dann unqualifiziert dann wieder mal vorholst. Ja. Schade, einfach. Ähm, ich schaue mal gerade. Den... Den Bock. Meine Bockenbank habe ich schon. Ah, genau. Ich muss nochmal 3200 zusammensparen für den Orbitalschulenschlag. War eine Frage. Ja, die beiden Pen-and-Paper-Spieler hier. Oder ob ich das falsch verstanden habe. Wie geil ist das? Das ist mega geil. Das ist ohne Hände geil. Also, ich habe, wie gesagt, ich habe mir... Ich habe damit angefangen, als ich 12 war und ich habe damit bis heute nicht aufgehört. Ich bin jetzt 4... Oder ich werde dieses Jahr 54. 54? Stabil. 54? Wow. Yes. Noz, wie alt hast du denn? Äh, 36 wird 37. Ah, okay. Dann bist du doch noch der Jüngste. Tja. Ausnahmsweise mal. Ja. Ja, wenn ich mir heute der Party von meinem Freund bin, bin ich wie dein Alter. Ich würde sagen, wir sind 37. Du wirst 38 das Jahr? Ja, ja. Äh, im März. Also demnächst. Ich würde sagen, wir starten wieder bei IVEC. Können dann hier gleich die Drohne zurückbringen. Und dann einmal Ringe mit anfassen. Also bis dann noch am Kaffee holen. Wäre es nicht sinnvoller, wir starten hier im Süden, gehen dann hier hoch, machen Dittling und kommen hier rüber gelaufen. Ja, da könnten wir uns... Achso, ich wollte gerade sagen, da könnten wir uns sogar fast splitten, weil wir dann hier in der Region und hier... Ja, genau, wir splitten uns. Mhm, genau. Ja, ja, ja. Ich würde vorschlagen, wir starten vielleicht hier unten. Dann können wir hier unten schon mal abregeln, falls hier unten sich was versteckt. Checken dann hier in der Mitte aus, ob sich was versteckt. Und dann einmal im Kreis. Das ist ein fantastischer Plan. Ich bin froh, daran teilhaben zu dürfen. Ja, das sagt dir auch dein Chief. Chief bist du jetzt. Ja, Master Chief. Ja, aber der Einsatz war das. So, ich nehme das wieder, wieder den Speer mit. Dazu natürlich, ohne Orbitallaser geht man nicht aus dem Haus heute. Äh, will jemand die Railgun vielleicht? Nein, keiner von euch? Okay. Äh, Railgun, hat die einen Rucksack? Äh, nein. Okay, dann nehme ich die. Ich hätte gern was für einen Rucksack, weil da würde ich nämlich jetzt meinen Sprungding zu Hause lassen. Das hat mir gerade eben auch nichts genutzt. Okay, ich nehme mal... Dann könntest du dein Auto kennenlassen. Also, ich nehme erst mal den Vorratspaket mit. Oder ich mache den Nachlader für einen von euch. Kann ich auch machen. Gibt ja nichts zum Nachladen. Naja, okay, noch nicht. Aber kann sich ja noch ändern. Obwohl, das Vorratspaket, doch Munitionsprobleme hatten wir schon. Ja, ständig. Ja, deswegen nehme ich den Vorratspaket einfach mal mit. Dann haben wir aber keine Autokennen. Und ich weiß nicht, ob du irgendwie Pilze oder sowas mit dem Ding kaputt kriegst. Äh, mit dem Schwer sollte ich eigentlich, oder? Oder mit einem Ressant? Mit einem von beiden kriegt mir das kaputt. Ich habe das Vorratspaket dabei. Ich nehme nochmal Brandminen mit. Safety safe. Falls wir vor irgendwas flüchten. Ja, Slowminen wären halt noch was. Das Spiel ist so unfassbar ausbaubar. Gott, Doppelmörser. Und vor allem ist es halt geil, weil die Leute halt wirklich selber Tischrollenspieler sind. Ich habe jetzt mehrere Interviews von denen gesehen. Auch was die für Pläne haben. Mit verschiedenen Pfaden, die der Krieg nehmen kann. Je nachdem, wie gut die Spieler eben auch performen und so. Das macht alles sehr, sehr viel Spaß anzugucken. Glaube ich. Hey, ich habe Pen & Paper von den Rocket Beans halt gefühlt. Besonders als Viking-Asthetic. Einfach, lass es. So richtig dummer Charakter. Und da sehe ich mich. Ich habe lustig mit einer Axt. Und wo ich sehe, äh, Zwei hat Hammer. Das Geile am Rollenspiel oder am Tischrollenspiel ist halt, es ist ja das Ganze, ist ja eine ganze Sparte von Spiel. Das heißt, wenn du sagst, mit dem Rollenspiel oder mit der Gruppe habe ich keinen Spaß, suchst du dir entweder neue Mitspieler, eine neue Gruppe, ein neues System, machst Abenteuer im Weltraum, machst wilder Westen mit Geistern, machst Shadowrun, also Cyberpunk Zukunft mit Orks und Elfen und weiß der Geier. Gibt es denn ein Setting, das die Besonderes liegendste Setung hat? Ach Gott, nee. Grundsätzlich war es schon so von, von Cypher über Westen. So Barbaren, also die sind stumpfe Zeitalter. Würde jetzt aber auch die Neuzeit mit so einem Zombie-Setting halt auch, äh, weil, ich habe meine Arbeitskollegin auch schon rumgepödelt von wegen. Ähm, ach, wenn jetzt hier eine Zombie-Arpocalypse ausbrechen würde, was würden wir dann wo hinbauen, für die Verteidigungserlandung, aber? So, ich hole jetzt erstmal die Railgun. Ähm, weil ich sie einfach mal testen will. Okay, dann gehen, gehen wir erstmal zurück, weil wir haben hier und hier zwei große. Jo, äh, Andreas, hinter dir. Warte mal, wo meinst du? Ah, da drüben. Naja, äh, Richtung Norden in den Dreher. Wir benötigen ein Geschütz. Wenn ihr irgendwas Großes seht, seid bitte, schade ich mir die Railgun, meinst du hier? King S. Hier ist was Großes. Ja, ja, äh, okay. Hier ist ein Stürmer. Ja, ja, äh, ich wollte den nur mal so... Ja, ne, da war ich nicht. King macht, äh, der Ding, der ist mal klar. Achso, ja, dann noch ein Stürmer, gleich. Das sah aus, als hättest du eine Hellfire-Bombe. Pst! Von dem ist halt nur noch Pace für üblich. Äh, du kriegst das kleine Nest da drüben fertig, ne, Zenon? Jo. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der hat... Dann lass uns mal um den Berg rumgehen, Andreas, und das große Nest hier angehen. Bist du denn nach da unten bist du, Hannemal? Ja, ja, das war halt direkt neben mir. Oh Gott, Sie hoffen! Jit! Okay, zum Marken, wir haben hier hinten Mörser stehen, das heißt, wenn da was zu Böses kommen sollte, können wir uns auch noch strategisch in diese Richtung zurückziehen. Ach, Kacke, da hat er schon was gerufen. Die sind so, sie haben so den gleichen Springeringer. Vorsicht, Kotzer. Magazin leer. Ich wollte gerade sagen, ich komme die bitte alle durch meine Mine. Hehehehe, Power. Ach ja, Mörser, ich vergesse das immer wieder. Ja, und Kanadler habe ich auch noch. Sehr schön, sehr gut gesammelt. Ich versuche hier gerade nur mal ausruhen zu gehen, um ein Minienfeld, um dahin zu kommen, wo ich gebrüht habe. Oh, Wasser. Ja, siehst du? Ja, ja, genau das. Genau das. Ah, Zenon, wir will meet again. Links von uns ist noch so ein goldenes Signal. Richtung 236. Ich will nur gerade erst mal zum Dings gucken, äh, zum Nest von Zenon. Heavy, jo, dankeschön. Ich bin unterwegs, ich sehe ihn nur nicht, das ist mein Problem. Ja, ja, der ist, äh, der ist auch gerade ein bisschen gesessen. Ich versuche ja dann, aber ich sehe nichts. Hast du ihn schon hingerichtet? Ich schluss gewüsste. Hab was gefunden! Nee, 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 nee. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Oh, ich muss nachladen, ich lappen. Okay, das goldene Ding ist leider weiter weg, als ich dachte. Ich bitte einfach mal kurz ein Schleifchen, aber das ist leider doch ein bisschen mehr. Oh, scheiße. Okay, die werden nicht instant. Wir benötigen ein Geschirr. Okay, nein, ich glaube auch nicht mit Headshot. Okay, ich habe jetzt vier Schüsse in den Rhein gejodelt. Heimgejodelt, das auch ein schöner Betrifft. Ich wusste es. Kann der endlich mal sterben, ey. Also, jetzt habe ich keinen Kost. Aber du bist einfach richtig weit gelaufen. Ah, unsicher. Ah, siehste, man hat zwei Einstellungsmodi. Ja, ja. Mach bloß, ich bin sicher. Der Mann hat sicher und unsicher. Ich habe jetzt mal auf unsicher gestellt. Ja, das garantiert, garantiert eine tolle Idee. Also, das Ding ist ja mal richtig für den Arsch. Nimm doch mal diese Mann an. Oh, den Feilchen erwischt. Scheiße. Ich habe mich selbst umgebracht, weil wenn du die Ladung beim, bei, bei dem Gewehr zu lange hältst, dann explodiert es mich nicht. Ich deswegen weiß ich nicht machen. Ach so, doch, doch, das ist super, da macht es mehr Schaden. Ja, aber da musst du drauf auf Ort passen. Ja, das ist ja das Problem. Ich weiß hier. Was für eine Verletzung. Wo muss ich meine Raygun hin? Ach so, da hin. Magazin leer. Okay, lol. Da ganz unten, da liegen Proben und alles. Aber wir müssen da eh hin. Magfira Karte, Südwestlich. Wenn die Munition braucht, dann Bescheid bitte. Sage ich. Magfira Karte, Südwestlich. Selom, kannst du das Nest, das ich gerade gepinkt habe, vielleicht mal pingen? Ach so, du hast meine Ausrüstung gepinkt. Sehr gut, danke. Okay. Äh, bebebebebebe? Äh, nee. Ich habe keine Sachen gepinkt. Ah, Andreas hat zu mir gepinkt, danke dir. Das ist, glaube ich, mein Zeug, was ich da gepinkt habe. Wo ich gestorben bin. Okay. Auch gut. Hauptsache, die Proben werden geholt. Dann kann ich... So, ich muss mir mal den Speer rufen, wenn jemand... Also, ich brauche den Rucksack eigentlich theoretisch schon irgendwo, zumindest noch selbst. Hä? Sag nichts. Ja, mach doch. Ja, weil ich den Speer jetzt... Oh! Digga! Ah, aber der Speer funktioniert aber, glaube ich, auch echt nur auf größere Viecher. Äh, Andreas, heil dich vielleicht mal. Das soll ich vielleicht auch mal tun. Ah, aber doch, mit der Shotgun funktioniert das Spiel schon erheblich besser. Ah, ich glaube, jetzt mal die... Senumbraten Proben sammeln, sehr gut. Ja, direkt da rein, das ist ein Nest. Dann hole ich doch mal schon den Luftschlag raus. Oh, nee, unsichtbare Wichser. Ah, ich finde die auch so schön gemacht. Also, sowohl das lebendige Design als auch, wenn sie dann unweckbar sind. Die Dinger sehen einfach so brutal unwecklich aus. Äh, will jemand mal die Durchschlag-Syperator ausprobieren? Kennzeichen der Position! Äh, gerade noch nicht. Vorsicht, Walker, da kommt Mörser-Zeug runter, ne? Jo, Kapital-Laser kommt hier gerade auch, runter zum Brutzel. So va! Der hat Feuer im Arsch. Sie werden mit einem Haken freiheit! Feindliche Taktikausrüstung in Reichweite. Dankeschön. Entschuldigung fürs... Alles gut. Was hab ich jetzt erwischt? Oh Gott. Oh Gott! Ja... Hat jemand Mörser aufgestellt zufällig? Ich hatte es dir gesagt. Die hab ich nicht mitbekommen. Nicht, Flinot. Ich war bei mir nur erstaunt, dass er mich erwischt hat, weil in deiner Nähe war, glaube ich, kein Bug. Außer es hat sich einer von hinten angeschlichen. Das kann natürlich auch immer sein. Nö, nö, es kam gerade einer aus dem Nest. Der Bost unterwegs. So, hab deine Proben. Gut. Jeng. Länge Pakete ab. Fagazin leer. oh mein gott alles kommt hier an nein 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 das machen wir nicht ich habe gar nichts gemacht mein gott das war schwer gemacht ich schmeiß meine auch noch so noch ein sample ausgehoben. Ich schaue mich hier unten kurz noch mal nach Senlon um. Ja, war noch eins hier. So, Senlon, bin auf dem Weg zu dir. Müssen wir da nicht hin? Wie kann man so doof sein? Es tut so weh. Habt ihr mal die Ziellokalisation getroppt, Senlon? Ich hab dir nur mal gepinkt, wo wir hinten noch hin müssen. War das eine Nebenmission da drüben bei dir? Äh, wir haben jetzt wieder den Ding jetzt. Ich hab die Startputz. Ja, ja, den Raketen-Ding jetzt. Ähm. Den großen da oben. Der oben ist die nächste. Da, bei D1. Okay. So, lag hier sonst noch was rum? Nein. Paar Munition. Ein bisschen. Wer ist denn D1? D1 bin ich. D bin immer ich. C, U, R, A ist, oder R ist Andreas. Für Rabenars. Hi. Oh, Dankeschön. Hey, ich hab Munition aufgenommen. Niemand ist so doof wie ich. Ja, ich weiß. So hast du gerade eine Bombe hochgehört? Da sind wir auch so ein weises Ding draufgetreten. Mach ich ja ganz gerne mal. Bis hier. Bis hier. Bis hier. Bis hier. Bis hier. Oh, guck mal. Hier liegt eine Railgun. Nein. Liegt meinen Granat da vernehmen. So. Eignet mich auch mal eine Railgun. Ich empfehle dir aber ganz stark, die auch unsicher zu machen. Sonst machst du gegen den Dicken überhaupt keinen Schaden. Du brauchst 10 Schuss für den. Easy. Ah ja, für Spritzen und Granaten ist das eine sehr gute Idee. Für Spritzen und Granaten. Lass erst mal mich auf Vorräte nehmen. Also erst die Leute nehmen, die ein Pack haben. Ich brauch nichts. Ich bin voll. Bis unter die Hubschule. Weil es halt doppelt voll macht, weißt du? Falls du es noch nicht wusstest. Ich weiß schon, dieses Maximal befüllen. Aber das kann ich nicht. So, wunderbar. Das kannst du jetzt nehmen. 88 Meter sind Gegner. Und was Goldenes ist noch dahin. Okay, dann da lang. Das ist eh nicht das Allerschlechteste. Wir müssen... Wow! Alter, die Schrotkugel hast du sicherlich unter deiner Hubschule gelegt. Ja, dadurch, dass ich Schrot heiße, bin ich ja gegen Schrot Immun bekanntermaßen. Ich warte auf einen dicken. Ich muss nur ein bisschen geschützt werden, falls einer kommt. Okay. Kommt wohl nix mehr. Äh, ne. Das muss ich probieren. Magazine leer! Große Horde an Gegner sind erst mal die höhere von meinem rechten Nachbar Magazine leer. Hehehe. Vertrauen weg. Nie da gewesen. Wer ist dieser Mann? Gerade eben jetzt kennengelernt. Wo? Zwei Schuss? Ich hab's gehört und konnte eins und eins zusammenrechnen. Okay. Letztes Nachladen! Äh... Verlustscheine... Antimaterie-Waffe. Haben wir das Ding jetzt fertig oder wat? Jaja, das Ding haben wir fertig. Okay. Achso, das sind Stims, keine Nades. Stim Nades? Hm? Stim Packs und... Stim Nades! Stim Nades! Stim Nades! Sie heilen und springen dich gleich fertig. Wo rechts noch... Ein Fragezeichen, da geh ich mal schnell hin. Jo, gönn dir. Wir gehen zum Fragezeichen grad aus. Stim Nades! Ein Dicker, Jun. Ui! Den nehm ich schon gerne mit. Guter Weg. Äh... Andreas, du kriegst das hier unten ja hin, ne? Kommentarlos... Ja! Äh... Wo? Ah, da ist er. Hat's ihn zerlegt? Oh! Oh, schau mal an, wie schön's den... mitgenommen hat. Ja, André, wie sie wohl geschossen hast. Du musst den Schuss ein bisschen aufladen. Hier ist ein Flammenwerfer, falls einer Interesse hat. So, der war in einem Schuss tot, Mann. Hä? Der hat noch zwei weitere Schüsse von mir gebraucht. Echt? Ähm... Was hast du gesagt? Entschuldigung? André? Ja, hier ist ein Flammenwerfer für den unwahrscheinlichen Fall, dass einer Bock drauf hat. Sich und andere anzuzünden und... in den Tor zu schicken. Okay, nein. Dimmerdoller oben. Nehm ich doch gerne. So, Muni bin ich voll. Da haben wir nix. Da. Richtung Nordwesten. Oh, da ist auch noch ne Sehenswürdigkeit. Jaja, ich hab den halt da oben... Warte mal, wohin willst du... Rechts. Jaja, ich geh links, weil da ist auch noch ein Nest. Aber gönnt euch, schaut euch an, was er braucht. Äh... Was sind wir? Äh... 5 von 13. Seltene. Wir haben noch 22 Minuten, just saying. Stress. Häufig. Äh... bisschen ja, tatsächlich. Ja, wir haben noch einen Der ist ja Orbitalfeuer. Oha, nicht mich anvibrieren. Bam. Damit breche ich ihm nämlich seine ganze Scheiße mit dem Panzer um. Ja. Habt was gefunden? Bitte nicht auf mich laser. Hm. Andreas ist da unten. Ja. Wenn im Regel hier. Das Ding hat sich ja maximal nicht gedrückt. Yes. Äh... Ich fühl mich immer schlecht, wenn ich irgendwo Granaten finde und feststelle, dass ich gar keine verbraucht hab. Ja. Da kannst du dich auch tatsächlich schlecht fühlen mit. Boom. Ach, das war ja nicht. Was du da gerade gemacht hast. Ich hab a bumm gesagt und b... Alter, du warst so weit weg. Du hast gesagt bumm. In dem Moment du dich schon geschossen hast. Deswegen hat er ja auch nicht Vorsicht gesagt, sondern einfach nur Geräuschuntermalung. Er hat schon die Befehlskette so kurz wie möglich gehalten. Mir geht es ja nicht um die Informationen. Mir geht es bloß um den zeitlichen Abstand. So, ich check mal das Gebäude da drüben aus. Jetzt den da drüben. Der da drüben ist ja nicht um die Anrufe. Ja, der da drüben ist ja nicht um die Anrufe. Der da drüben ist ja auch nicht. Das ist ja nicht. Da drüben ist ja nicht um die Anrufe. Die Liberator ist ja wachig. Der drüben ist ja wachig, die ist für den Arsch. springt ich habe mich an das militärische protokoll gehalten ich bin 100 meter in die höhe gesprungen hat mich über einen größeren umkreis verteilt richtig da kennt einer seinen blackadder ich habe es natürlich eine halbe ewigkeit hallo ja weil ich meinen granatwerfer haben und mein munitionspack vielleicht ich sehe kugeln zwischen dich höchstens wenn du wenn du natürlich mal bock hast du spielen kannst mir gerne bescheid sagen dann leide ich euch mal was ich hab grad statt kipplauf schrot finde hippie schrot finde gelesen ist auch schön das ist dasselbe was ich gesagt ja ja aber das wichtigste besteht schon mal aus dem kann man sich rollenspieler auch sehr sehr kurz spielen also sechs stunden acht stunden mehr ist es ja nicht in jedem fall mal der kleine einstiegs von schon mache ich halt auch nie länger als keine man macht so lange spaß macht also fünf monate da bin ich auch voll bei dir wie läuft da was hinterher so jetzt können wir eigentlich stadt auch da ist ein dicker da ist ein dicker da ist ein ganz dicker wo dick hier weg dick wo an der rakete aber brauchst dich nicht mehr darum kümmern der ist vermisse ich ja so ein bisschen die radar stationen und wir haben doch keine einzige sehen heute ich dachte auf ich dachte auf jeden planeten gelb seiner weg weg da habe ich gerade da bin ich glaube ein mentor verteilt bitte direkt sporn und erst mal ich habe keine munition hier ist munition sehr weit weg ich bin hier ja danke was war das hat sich keine hat sich gerade kadett genannt ja ich war nach oben gucken können die soldaten heute zahlen und das hätte mir richtig viel gebracht wenn ich noch um sie sagen können es ist da er läuft vorbei er nimmt aber die betonung eigentlich auch wieder keine angst oh alter noch was anderes zum gegenseitig umbringen müsste ich ihn ja auch mal töten ja aber er ich habe mich auf ihn ja ich bemerke es ja auch neben mir am flachen hier runterkauen ah das ist schön magazin leer lade nach ich versuche nur währenddessen auch das krammeln und alles ja ist ja kein problem das ist nicht dein fucking ernst wenn du mich nicht mal wiederholst du bist alleine ich würde dir empfehlen mal irgendjemanden zu holen mit wachenerfahrung hol ihn zuerst damit ich auf ihm landen kann das ist der spirit als er zuerst er tötete mich und dann holte mich nicht mehr was für eine ehrenlosigkeit da was er ekelhaft ich schäm dich meine samples meine samples ich traue dir jetzt deine breakersucht wo ist mein zeug alles weg irgendwo hier einfach dem geruch nach alles 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 genommen mein rucksack hat er sich aus der box genommen so von von äh osten habe ich was gehört ein weit entferntes ja von osten habe ich was gehört im osten nichts neues so warte ich wusste ich erstmal wieder neu neu ein klein ich habe ja gerade durch Müll zufallen Material verloren ist das frech Rucksack hab ich braucht jemand noch Muni? äh gerade nicht warum lügst du nicht sieh das? oh mein Gott Die Insekten knabbern ein bisschen an meinem Minenfeld. Die Rakete startet in 10. Die können, glaube ich, weiter nach Osten, wenn ihr mich nicht ganz teuscht. Ja, das sind noch mal schon markiert. Supergeil. Andreas, wie schaut es bei dir aus? Womit? Mit Munition? Ja, ne, gerne weitergehen können. Bist bedrängt und so. Nö, können wir weiter. Ah, hier ist noch eine Probe. Schwebt einfach in der Luft. Okay, nice. Ja, sie lag vorher auf etwas. Ich weiß nicht, was das zu heißen hat. Juuu. So. Ja! Was? Ne, ey. Wenn ich coole Sachen sehe, dann habe ich sie nachfällig. Einfach weil ich sie kusel. Es ist ja keine Umteilung. Oh Gott, der Mörd ist er. Laust! Ich hab keinen... Doch, ich hab noch einen Orbital Laser. Den hebe ich mir auf. Weil ich glaube, hier müsste vielleicht nochmal ein Säure-Titan umbrennen. Alter, okay. Das war vermutlich der Orbital Schuss von der Mörser, ne? Das war... Okay, können wir uns drauf einigen, die jetzt gerade nicht rein zufeuern? Ah! Ich hätte die Shotgun geladen, aber ich hatte leider den Granatwerfer geladen. Ach so! Shotgun und Granat? Das mir wäre egal. Was für ein Geier hatte ich denn jetzt umgeniefert? Da stand nur Explosion, keine Ahnung. Ja, kann sein, dass es dein eigener Mördser war. Ah! Ne, wahrscheinlich eher der Granatwerfer. Ah! Ja, vielleicht so ein bisschen. Wir haben ja noch von Verstärkungen. Ah, ihr verarscht mich! Wow, da unten ist jetzt aber gerade echt die Hölle. Also... Ey, wieder schlägst du? Oh, du kannst einfach nur flühen. Das wäre auch geil. Geil. Ah, da kommt der Orbitallaser, der ein bisschen fühlt. Ja, der geht hier los. Time Spurs. He, he, he. Die Infekten sehen einfach so geil aus. Da, da, viel Spaß hat. Aber ich bin da. Ja, leider, bitte. Was? What the hell? Was zum Kaya habe ich denn hier für eine Waffe? Ah! 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 Könntest du bitte? Dankeschön! Alter, was? Oh, lol! Alter, 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 alter. Ah, du hast zufällig meinen Raketen davor aufgeschoben? Äh, und könnte mich jemand wissen? Mach ich. Ach nee, Andreas hat mein Raketen. Ne, ich habe ihn gerade abgeworfen. Den habe ich nur verstanden. Ja, ich habe sie gesehen. Ich habe sie gesehen. Wir sind ja direkt nebeneinander gestorben. So, Proben habt ihr alles aufgesammelt. Hier liegt nichts mehr. Ja. Aufgrund der Vielzahl unserer Reinforcements würde ich vorschlagen, wir gehen zur Extraktion. Oh! Erstmal brauche ich meinen Shit. Ich mach das mit der Rettung zu klappen. Okay. So, aber jetzt. Ist schon wieder die nächste Misch. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ich bin hinter dir, sehr genau. Oder zumindest. Leertaste gedrückt halten. Einfach. Und dann so hochwickeln. Geht, geht, geht nicht. Geht? Stell dir an. Ich habe, ich, ich spiele nicht mit Leertaste, Bro. Dann die Klettern-Taste gedrückt halten. Es gibt keine Klettern-Taste, es gibt eine Rennentaste. Nein! Affe! Hey! Hey! Hey Sida! Die Lennentaste ist bei mir einmal L3 reingegangen und dann rennt er automatisch. Ich will nicht so laut sein. Was? Wie er nur Streit sucht. Dieser Frechdachs. Dieser R2-I Sachse. Lauf weg. Er will uns halt schützen. Schützen. Einfach weglaufen. Side Mission, IVEC. Oh, wir haben nur noch zwei. Hoch, 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 hoch. Ist der noch? Ja. Und hier läuft gerade viel, viel Zeug rum. Das kriegen wir hin. Die Demo. Lass die Bugs nicht näher kommen. Ja, 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 ja. Oh, mein Gott. Ja, der Mörser. Ja. Okay, ich kann mit diesem Schwerding wirklich nur richtig fette angreifen. Ja. Stürmer. Kaum davon gesprochen. Schon ist er nach. Kommt ihr? Ja, ich muss gleich nachlaufen. Oh, der Mörser. Oh. Ja. Ich weiß nicht ob ich kommen kann zählen und ich bin gerade etwas indisponiert. Ja, 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 ja. Da ist ja rum. nicht mehr toll auf gott der nächste luftschlag okay ich bin gerade durch mercer feuer an dem charger durch die luft ein gewünscht ihr seht mich nicht ihr seht mich nicht ihr seht mich nicht ihr seht mich nicht der mörser markiert die stelle wo ich gestorben bin welche ach so ja na gut ich habe ganz weit in die richtung geschmissen ins wasser so zumindest die theorie aber es gibt neuen bug breach bei mir und der nasa schieß weiter hier auf die gegend und meine sachen liegen im wasser sehr schön okay hat sich erledigt das ist dann einfach kennst du bist du bist du bist hier ist noch hier komme ich nicht vorbei nein komm schon lauf genau gott also die combo aus kleinen krackviechern alle was zum weg war denn das nein was ein sperrfeuer der leute ich sehe den schuss lauf von ihm weg und dann werde ich erwischt weil es nicht eine range von über 100 metern hat was auf neben dir ist ein gettling geschützt da ist das geschützt verstört gut gemacht walker ich habe gar nichts gemacht du bist du bist mitten vor meinen lauf gelaufen und hast dich genau vor mir auf den boden geschmissen nein das war ein ernstes lob ja und ich habe hier zwei stürmer die mich schon die ganze zeit durch die gegend verfolgen ja guck mal was ja das um das shuttle rum ist was soll ich denn sonst machen einfach weg rennen du bist gut so ich muss jetzt mal aussteigen bisschen was ein bisschen was erarbeiten das heißt ihr habt die chance auf ein paar erfolgreiche missionen und später und später bin ich wieder da ach guck mal nur einer in der karre wie blockt man noch mal spieler ja klar bei nahe hätten sie alle ihre freunde auch evakuiert aber sie wollten das ist klar und ich sehe die elektronomie gar keine gar keine kann sie sich um ändern von zahlen auf weiß ich fliege ich habe keine erfahrung bekommen ja ich habe null unfälle obwohl wir fast alle hatten ich hatte null unfälle will ich nur mal gesagt haben ich habe ich kann mir dieses jammere nicht länger an ich gehe jetzt mal ein bisschen wir sehen uns später das war spaßig ein würdiger ausgleich für die für das der dreck am vormittag so dann bis demnächst wahrscheinlich bist du ja bis heute abend irgendwann ich weiß noch nicht genau waren bei bei